So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Trine 2 mit der liebenswürdigen Kati, die sich, glaube ich, ein bisschen langweilt. Überhaupt nicht, dein Typ labert was. Wieso labert drauf? Wir sind gar nicht weitergegangen. Egal, wir labern einfach über ihn drüber. Ich wollte gerade fragen, wolltest du gerade schon am Anfang LittleBigPlanet sagen? Nö, wollte ich nicht. Wolltest du am Anfang LittleBigPlanet sagen? Ja, aber der Typ ist mega nett zu dir. Der ist mega nett zu dir, er labert, weil die langweilig ist. Sag ich doch, voll der Endboss hier. Ja, Kati hat sich spoilern lassen und ist schon mal tot. Was hast du noch mal getan? Woher wusstest du, dass das ein Endboss ist? Ich bin einfach nur zwei Meter weitergegangen. Ja, belebt mich wieder, belebt mich wieder. Eigentlich dachte ich, ich kann diesen Schleimbahn, den er da spuckt, zurückschleuten. Vorsicht nicht! Was hast du gesagt? Ja, was müssen wir denn genau machen? Ich check es nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also er wirft auf jeden Fall nach uns. Ich glaube, wir müssen ihn einfach da oben. Guck mal, ich glaube, da oben diese Dinger müssen wir abschießen. Warte mal, wirf mich mal hoch eben. Ja, danke. Ah, warte mal, hier ist auf jeden Fall was. Da kommen ganz viele Kobolde. Wir sind getroffen. Also irgendwie, ich weiß nicht. Wer zum Retter? Wer zum Retter? Ah, genau. Okay, sehr gut. Ähm, was habe ich getan? Ich dachte, du musst es damit den Meißel kaputt machen, aber es geht auch so. Fuss ich den draus. Ah, ich hab ihn. Oh Gott, oh Gott. So viel Leben haben wir gar nicht. Bist du noch mal hoch? Äh, ja. Geh an Bist du noch mal hoch? Ich glaube, da musst du irgendwas machen. Aber wie soll man das machen, wenn man alleine spielt? Ich weiß es. Äh, ich bin runtergefallen. Und wahrscheinlich haben diese Holzdinger daran. Wie schaffst du das? Okay, ja, ich bin jetzt hier und was mache ich jetzt? Hör. Achso. Der Mensch. Ja, das war ein sehr anspruchsvoller Kampf, ja. ...schlangen und riesige Schnecken. Was kommt als nächstes? Ein gigantisches, gegrillte Schwein hoffe ich. Wer sind diese seltsamen Leute? Ich behalte sie besser im Auge. Der Trine hatte unsere Helden zu einem seltsamen Wald gebracht, wo sie Kobolden und gewaltigen Kreaturen begegnet sind. Nachdem sie sich den Gefahren der verlassenen Ruinen gestellt hatten, kamen sie zu einem großen, dampfenden Sumpf. Doch ahnten sie noch nicht, dass nun jemand ihre Reise mit großem Interesse verfolgte. Ich frage mich, was Kobolde fressen. Sie fressen Leute wie dich. Ach du meine Güte. Genau, sie fressen kleine Dickerchens wie dich. Ja, was war das für eine Frau? Was war das für eine Frau? War das Schneewittchen? Keine Ahnung. Das war unser Endgegner. Das war unser absoluter Endgegner. Ach so, Schneewittchen ist unser Endgegner. Oh, sorry, sorry, tut mir leid. Ah, die sind weg, die sind weg. Aber da oben müssen wir hin, da oben müssen wir hin. Warte mal, ich darf doch mal öfter ein Zauberer spielen, so komm. Warte, äh, achso, ah. So geht's auch. Ah, danke, danke. Nee, da, äh, an der Seite. Du, wir klingeln schon hin. Okay, eins habe ich schon mal. Warte, kann ich mich da? Nee, da ist nichts zum, da ist nichts zum Sprengen. Ja komm, mach einfach, mach einfach den Markt und du wirst auch. Ja, aber ich kann nicht auch. Ja, ja, geht schon, geht schon. Komm. Okay. Moment. Ich muss noch einmal höher, einmal höher, einmal höher. Hast du es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Also stell doch einfach vor, dass ihr es gesehen habt, was Carl dir da getan hat. Moment, hier unten ist noch was. Ich glaube, der Boden ist giftig, kann das sein? Der sieht so giftig aus. Wie wächst du mal? Ah, hier wächst die Waffe. So, da ist noch ein Erfahrungsfläschchen da. Ah, da, ja, ich sehe es. Okay, aber der Boden, der sah irgendwie so ein bisschen giftig aus. Ja, nur wegen diesem, äh, Violett hier. Aber, ähm, ich habe das noch nie erwähnt. Du hast es, glaube ich, irgendwie 50.000 Mal erwähnt. Aber das Spiel ist echt ein schönes Spiel und ich bin tot. Ja. Äh, wieso? Was passiert? Keine Ahnung, ich glaube, ich kann mit dem Hammer noch zuschlagen auf Gegner. Ich glaube, damit kann man nur Gegenstände zerstören. Aber du sollst den Bienenstock auf ihn raufwerfen. Achso, okay. Ja, okay, so geht's auch. Ja, ein bisschen zu spät, aber, äh, im Prinzip ganz gut. Aber du siehst gut aus, wie du hier so tot chillst. Guck mal, ich kann nicht voll... Wieso schändest du mich? Ich schände dich nicht, ich, ich, äh, rede. Ich denke, ich denke jedes Mal, ich denke jedes Mal, das greift dich irgendwie an, aber, beziehungsweise, ja, das greift mich an, aber das ist, kommt nur zu dir geflogen. Ich glaube, was ich rede. Ha, warte. Du bist, glaube ich, gerade ein bisschen beschäftigt. Kathi, konzentriere dich auf mich, nicht auf die Gegend. Man überfordert mich doch nicht. Oh, jetzt bin ich runterfällt. Oh, ist die runtergeplumpst. Ui, 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 ui. Mann, ist das nicht leicht, wenn ich runterfalle, siehst du? Ah, also, wie komme ich denn da? Achso, okay. Wenn so ein Koloss wie du runterfällt. Hey, ich bin, ich bin eine zarte Dame. Wie komme ich denn da jetzt, da, da komme ich doch gar nicht hin, oder? Ähm, mach den Zauberer, mach den Zauberer. Achso, okay, ja. Und dann mach die Kiste links. Mach ich die Kiste? Äh, mit Linkstück. Ah, okay. Ah, jawohl. Okay, ich dachte, das wäre mir, ja, kannst du rüberspielen. Äh, nein, warte. Äh, nein, warte. Äh, dann schieb ich mich ein bisschen nach rechts. Ja, 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 ja. Ich hab's aber, da oben ist noch was, ne? Dann, äh, befreie mich und dann komme ich und helfe dir. Ja, wo bist du denn? Kann ich dich irgendwo, ist hinter uns ein Checkpoint gewesen? Ich glaube, links war einer, aber ich bin mir nicht sicher. Checkpoint! Ich glaube, ich sollte ein bisschen besser aufpassen, kann das sein? Ja. So, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Guck mal, wie weit ich zurücklaufe, nur, um dich wieder zu beleben. Oh, danke, danke, voll lieb von dir. Ja, ich weiß. Oh, du bist mega nett. Oh, du musst mal ein bisschen auf meine alten zerbrechlichen Knochen achten. Ich wollte gerade sagen, du musst mal bis auf meine alte achten, was? Auf meine alte? Du bist doch meine alte. Nee, gar nicht. Du bist meine alte. Ich hab was aktiviert, ich hab was aktiviert. Tut mir leid, tut mir leid. Bist du tot? Nee. Was hast du aktiviert? Ah, so ein lustiges Ding, was da herumgeweht kam. Also so lustig fand ich das jetzt nicht. Ja, es war auch doch nicht so lustig, wie es aussieht. Willst du mich mal hochhielfen, damit meine Zuschauer auch mal endlich was sehen? Ja, natürlich, natürlich. Warte, ich muss noch hochkommen. Kann sich nur noch um zwei Jahre handeln, alles gut. Wir haben Zeit, wir haben Zeit. So. Wir können auch von hier aus, kannst du einfach eine Kiste machen und dann kann ich da rauf. Oder du gehst auf dieses Ding, auf dieses Rindvieh hier. Du bist ein Rindvieh. Oh, das ist ein Stacheln. Sag ich doch, das ist voll böse, das Vieh. Also das Ding. Wir müssen uns natürlich auch erstmal wieder ein bisschen einspielen, deswegen... Oh, ich bin voll verwirrt, ne? Ich drück immer W auch. Ich drück immer der Tasse und W. So, wo willst du jetzt hin? Dahin? Zu dem Rindvieh oder was? Was nicht runter? Ah ja, okay. Stups. Aber ich komme trotzdem noch ganz hoch. So, warte mal, da müssen wir hin, ne? Warte, dann mache ich dir jetzt so eine Kiste. Da. Oh, oh, was hast du gemacht? Ich habe dir nur die Kiste gemacht. Hast du das gesehen oder sah das nur bei mir so blöd aus? Also, du wurdest weggeschleudert irgendwie. Jetzt komme ich damit mal hoch. Komm. Oh, doch, ich komme hoch. So, okay. Die Kiste ein bisschen nach links, damit ich da... So. So. Äh, ja. Hä? Was machst du jetzt? Wie soll ich jetzt hoch? Nein, nein, nein. Oh, Gotti! Was machst du? Sorry. Also, du kannst richtig gut mit deiner Kiste umgehen. Das ist so viel, dass du... Ich und die Kiste, das ist eine ganz tiefe, enge Verbindung. Also, ich soll hier mal ein Let's Play Together machen, finde ich. So, jetzt komme ich hier hoch, so. Nein, oh, Gotti, wieso stoßst du mich immer weg? So, jetzt, komm. Jetzt aber. Komm. 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 Weiter, weiter, weiter. Hyper, hyper, hyper. Da geht es noch weiter. Aber wir müssen das gar nicht runterziehen. Das gar nicht runterziehen. So. Yay! Ja, ich habe es. Ich habe es. Alles gut. Alles ist super. Ich bin voll... Ich kann mit dieser Diebin da nicht umgehen. Die ist irgendwie voll kompliziert in der Steuerung. Was machst du da? Aua, aua, aua. Was? Was machst du da unten? Gar nichts. Gar nichts. Ich schwimme. Ich nehme ein Bart. Also, es sieht so toll aus, wie du das machst. Ich sehe es gar nicht, aber egal. Ich habe die Diebin, finde ich, so entspannt, irgendwie, muss ich sagen. Nee, die ist mir irgendwie zu kompliziert. Hänge ich bei dir auch so dumm in der Gegend rum? Bei mir siehst du ganz normal aus. Bei mir hänge ich so in der Gegend rum. Also, das letzte Mal, als du so gedacht hast und so dumm in der Gegend rumgehangen bist, da... sagst du auch. Was? Ja. Hä? Du hast was kaputt gemacht. Nee, ich habe den Kobold. Nein, Bienen, überall. Oh Gott. Du solltest, du solltest halt nicht die Einheimischen... Warte mal, das kriege ich hin. Ja, sehr gut. Das Spiel verwirrt man so ein bisschen, muss ich sagen. Aber es ist so schön, ich finde es so toll. Das ist so super. Und das Spiel ist echt noch relativ alt. Also, jetzt nicht mega alt, aber ist nicht das neueste, oder? Wann ist das erschienen, das Spiel? Ähm, 2011, glaube ich. Oder 2009 oder 2011. Levelaufstieg übrigens, ne? Levelaufstieg. Hey, Levelaufstieg. Ich bin fast gestorben. Und du hattest übrigens recht, ne? Das hängt ja echt mit dem Dings zusammen. Ah, ich auch brauche mich. Ähm, das hängt hier wirklich mit diesen Dingern zusammen, die wir sammeln. Weil gerade eben hatten wir 50 und danach ein Levelaufstieg. Ja, ja, ich dachte, das war schon vorher klar. Achso, ja, sorry. Nee. Also, du hast es doch auch gecheckt im letzten Part, oder nicht? Ja, aber ich dachte, du hast es noch nicht so. Ja, ich habe es dir einfach mal gesagt. Ich habe es dir einfach gesagt, aber ich checke es nicht, ja. Aber, äh, gibt es da oben noch was? Ah, ah. Gibt es da oben jetzt noch was? Ich helfe. Wo denn? Da stirbt nicht. Du darfst da sterben, wenn unsere Zuschauer das sehen. Achso, ja, sorry. Äh, wie sollst du nochmal Eispfeile? Hast du noch die Feuerpfeile? Weil, ich habe mir doch, ne, ich habe mir doch die Eispfeile geholt. Aber du hast doch auch die Feuerpfeile. Ah, Vorsicht. Ne, ja, die habe ich auch, aber ich kann nur zwischen ein Dings wählen. Achso. Da kann man nur zwischen ein, so entweder Feuer oder Eing. Ich finde die Feuerpfeile schlecht. Ja, aber die Eispfeile, die gefrieren halt die Gegner, ne? Ja, eben, ich finde die Feuerpfeile schlechter. Achso, schlechter. Ich habe verstanden, besser. Ne, ne, die Eispfeile sehen sogar auch cool aus. Ne, warte, ich. Und, was ist? Zwei Fettis am Start. Ein Fettis und elf der elegante Muskelprotz. Wieso fällt der einfach runter? Wir haben getötet. So, hier, da oben musst du noch hin, zur anderen Seite. Dö, 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 dö. Copyright Strike, da, 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 da. Ja, ähm, also wundert doch nicht, dass ihr das Kati ganz kurz noch gehört habt. Sie hat aber ihre Banknummer, ähm, also ihre Kontonummer gesagt und die will sie zensiert haben. Achso, ja. Ich wollte eigentlich Spenden eintreiben, aber Foka, der meinte dann, nee, mach da nicht, mach da nicht. Ja, ähm, spendet am besten an das unten eingeblendete Konto. Für was auch immer ihr spenden solltet, aber spendet einfach. Ja, tut es einfach. Ich glaube, wir müssen das einfach da hinschieben. Wieso schien wir es, wenn wir es als Zauberer... Oh, 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 sorry. Du wolltest mir grad wehtun, gibst du... Oh mein Gott, warum? Was machst du? Ich mach gar nichts, ich mach gar nichts. Warte, lass mich doch das Hebel hebeln. Was bringt das jetzt, das Hebel zu hebeln? Ach, guck mal, da oben muss dann so ein Dingel rein. Ja, mach jetzt, was los. Ja, sehr gut, aber da oben ist doch, da oben ist noch was, da oben ist noch was, da oben muss ich nochmal hin, oder du halt. Egal, einer von uns geht da nochmal hin. So, dann mach ich das. Los, Kiste, erscheinen. Du kannst auch meine Kiste bewegen, nur mal so. Pokémon, Pokémon, Pokémon! Da ist nur ein, nee, nicht nur ein Herz. Da ist ganz viel, Moment, das... Da geht doch. Ja, komm ich da hoch? Ich hasse, das kann man sich nicht entweder entscheiden, ob man mit W oder mit W spring will. Das ist voll verwirrend, oder? Ich find's jetzt auch total merkwürdig. Ja, ich hab's. Okay, sehr gut, wir haben alles. Sehr schön. Wir sind richtig gut in dem Spiel, ne? Obwohl wir nichts können, aber das können wir wirklich. Ja, ich glaube, es liegt damit daran, dass wir zu zweit sind. Ja, okay, das kann sein. Aber ja, da machst du unsere Skills wieder fertig, Mensch, Poker. Hier, Vorsicht. Ich mach meine Skills fertig. Du bist natürlich super, mega toll, Kati. Ich weiß nicht, wie du es mit mir aushältst. Das ist einfach sensationell. Oh, guck mal. Man kann unter meine Röckchen gucken. Ja, warte, warte, geh nochmal. Oh, oh. Wie sollst du eine Unterhose an? Pedo-Zauberer, Pedo-Zauberer. Wie sollst du eine Unterhose an? Du kannst auch unter meinen Röck schauen. Schau unter meinen Röck. Was hängt da runter? Was hängt da runter? Nichts. Warte mal, ich muss das mal gerade drehen. Achso, ja, so ging das. So. Hä? Nein, lass das. Hör auf mein Rohr zu manipulieren. Hör auf mein Rohr zu manipulieren. Mach nicht. Natürlich machst du was. Ja, aha. Warum bewegt sich das Rohr auf einmal? Keine Ahnung. Was für ein Magic-Rohr? Was für ein Rohr denn? Das wirst du für eine Andeutung machen. Gar keine. Was ist denn hier rechts? Ich glaube, da müssen wir das Rohr einsetzen, kann das sein? Okay, setz mich das Rohr mal an. Lass mich mal machen, das... Machst du das jetzt? Nee, ich war das. Warte, nee, ich. Komm, mach du halt. Warte. Das ist ein Secret, kann es sein? Du bist gestorben. Ähm, Moment. Ja, warte. Nee, warte, warte, lass es so. So, 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 so. Okay, so geht's auch. Oh, alles. Boom, 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 boom. Oh Gott, ich dachte gerade, wir sterben. Nein, wir machen boom, boom, boom. Ach so. Okay, dann machen wir halt boom, boom, boom. Okay, und jetzt? Wir müssen irgendwas mit der Kiste machen. Oder? Weiß ich nicht. Schau unter meinen Rock, schau unter meinen Rock. Ich habe gar keinen Rock rein. Warte mal, ich versuche mal die Kiste da so hin zu dingeln. Vielleicht funktioniert das ja. Hey, die hatte ich doch gerade noch in der Hand. Warte, wir müssen sie, ich glaube, hier hin dingeln, so. Nein, nein, warte, ah, sie muss einfach nochmal schweben. Warte, geh mal runter, geh mal runter von der Kiste. Wieso, ich bin nicht so schwer, dass die Kiste Probleme bekommt. Und sie so im Einklang bleiben kann mit der Natur. Ach so. Coole Kiste. Kann sie jetzt da stehen bleiben, Mona? Nee. Nee, ich glaube nicht. Okay, komm, scheiß drauf. Geh du auf die Kiste drauf. Und dann schiebe ich dich hoch. Okay, dann schieb mich mal. Schieb, schieb. Schieb den Wald. Schieb. Schieb den Wald. Schieb den Wald zurück. Ach, guck mal, da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Ja, komm, bring du mich erstmal hoch. Ja, bring du mich erstmal hoch. Okay. Ja, okay, warte. Ich geh da mal. Ich glaube, so muss man das gar nicht. Ja, du kannst auch meine Kiste benutzen, Kathi. Ja, ich seh das hier nicht, ne? Das Problem ist, ich seh jetzt nichts mehr. Moment, egal, 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 egal. Nein, ich hätte mir einfach eine Leiter hochbauen können. Ach so, okay. Bitteschön. Ja, naja. Das hat sowas von viel gebracht. Danke, Kathi, für diese... Warte, ich kann wieder noch mal eine Kiste. Nein, mach sie nichts kaputt. Mach sie... Oh, nein. So. Okay. Warte, ich bin wohl nie so gut gelaufen zu sein. Äh, äh. Ne, äh. Warte, ich krieg das hin, ich krieg das hin, warte. Moment, Moment, warte, ich muss noch mal der Zauberer sein. So. Ich will machen das völlig falsch. Eigentlich muss man es voll anders machen, aber egal. Egal. Ja. Jetzt rüber. Haha, wir sind die Besten. Okay, und jetzt willst du noch hoch? Komm. So. Ja. Ah, nein. So, jetzt habe ich. Ja. Ist noch mehr? Ist noch mehr? Ich weiß nicht, jetzt bin ich unten. Okay, gehen wir weiter. Aber, aber ich bin unten. Äh, ja, gehen wir weiter. Okay. Äh, wie bist du jetzt hochgekommen? So locker? Ja, einfach darauf. Oh, das ist ein Gegner. Oh, das ist ein Gegner. Ah, ich verwechsel immer, ähm, die, die... Sag jetzt nicht mich mit dem Gegner. Ja, doch, nee, das wollte ich mir nicht sagen. Alter, was machst du mit den Gegners? Ich töte sie. Ach so. Ja, Mensch. Sag das doch. Na, was sieht das denn für dich aus? Ja, da... Ich dachte, du kuschelst mit denen. Weil jetzt irgendwie... Ja, ich dachte, das warst du. Deswegen wollte ich ein bisschen kuscheln, aber du hast mich weggeschlagen. Oh, sorry. Warte, da oben ist noch was. Hier oben ist noch was. Bam, bam. Okay, das geht nicht. Schiep den Ball zurück ins Meer. Bam. So, warte, ich hol dich. Hier, komm. Pokémon. Ah, Pokémon, warte. Ah, okay. Alles gut. Äh, du bist zu schwer, Mann. Du bist zu fett. Ja, ja. Oh, du schleudest mich immer weg. Nein, oh, ja, jetzt... Oh, du bist echt so kompliziert. Ich will eine große Kiste machen. Ah, jetzt. Kannst du die Kiste mal ein bisschen verschieben? Danke. Okay. So. Komm, komm, jetzt. Komm, jetzt. Ähm, ne, Moment, ich muss erst mal ein Ritter sein. Ich muss erst mal ein Ritter sein. Wieso das denn? Aua. Wenn ich mich was kaputt machen kann, da. Ach so, okay. Kati, wieso machst du das? Ist das witzig? Nein. Nein, ich lasse mich nur halb schlapp. Das ist toll, jetzt hast du das Ding kaputt gemacht. Ey, wie machst du das denn kaputt? Ich konnte da nicht hin. Oh, komm, mach du das. Du, du machst es da auch besser. Komm jetzt. So reicht's schon. Aua. Warte. Da geht's noch durch, oder? Ah, ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ihr habt es und wer hat es eingesammelt? Kein Problem. Wer hat es eingesammelt? Ja, ich. Geh weg. Ja, geh weg, Kati. Danke. Das heißt, bitte. Geh weg. Geh weg. Nein, da musst du bitte sagen, sonst höre ich gar nicht auf dich. Ja, es kann sein. Bitte verpiss dich. Gleiche mich. Hallo, bitte. Kannst du mal deine, deine, deine Ausdrucksweise überdenken? Du hast gesagt, du soll bitte sagen. Aua, Aua. Menno, ich bin eingekesselt. Ja, passiert, halt mal. Ach. Da oben ist nichts, da oben ist nichts, Kati. Ja, hätte ich mir denken können, irgendwie. Ah. Hobbit. Ein Hobbit. Ein Hobbit. Ein Hobbit. Ich greife ihn lieber nicht an, sonst sage ich einfach 50 Mal ein Hobbit. Äh, was machst du? Das muss in die andere Richtung. Wer weiß, vielleicht müssen wir in die Richtung. Ne, wir müssen tatsächlich in die. Kati. Was denn? Wir können da auch ohne Kiste rüberlaufen, Koko? Ja, aber das ist jetzt so gedacht, dass man das macht. Mach mal, wie das Spiel das will. So. Wieso denn? Das ist ja ein Secret da unten. Ah, ne, du warst da unten. Moment, ich schieb das mal da nach rechts. So, ich bin durch. Ne, ich bin durch. Okay. Ich bin auch schon drüber. Ich finde es cooler, wenn du tot wirst. Ach so, okay. Mhm, 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 mhm. So. Gott, machst du dir das kompliziert? Ich habe voll Smoothie. Ne, halt, ich schieb nur dieses Ding dahin. Vielleicht gibt es das ein Secret oder so. Ach so, ja. Könnte sein. Jetzt du wie ein Smoothie. Komme ich jetzt da hoch? Na, wie kommst du denn da jetzt hoch? Ach so. Oh, heiß. So, so macht man das. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob du das hochstemmen willst oder ob du da nur einen Turm machen willst. Ja, ich möchte dich hochstemmen. Okay, das wird ein Akt der Unmöglichkeit. Ich bin oben. Ich bin oben. Jetzt bloß. Nein, lass die Kiste los. Lass die Kiste los. Okay, gut. Okay, wie komme ich jetzt da dann? Gerne, kein Problem. Habe ich richtig gern gemacht. Ist alles cool. Ja, ich weiß, dass du das gerne machst. Du musst hochkommen. Ich war ja so lange. Warum? Weil, ich komme an die Denke da nicht dran ohne Dich. Wie soll ich da bitte hochkommen? Moment. Ähm. Warte. Hier. Na, lass doch los. So, okay. Warte. So. Äh, komm. Noch ein bisschen, noch weiter. Okay, warte, komm noch mal rauf. So, jetzt. Da oben. Ja, ich siehs. Da ist noch eins. Hast du was? Da ist, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Also das Größte habe ich jetzt. Okay, da ist, glaube ich, das war's dann. Okay. Sehr gut. Supi dupi. Du hast es gut gemacht, Kathi. Danke. Ich darf dich auch mal loben, einmal. Achso, danke schön. Wo wir lang müssen, erfahren wir im nächsten Part. Ich bin fett. Kann ich kaputt machen? Du bist mit dem Hammer. Jetzt. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Mit dem Hammer. Achso. So. Wie geht der Hammer? Ähm, mit Mausrat. Ähm, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ja. Und, ähm, 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 schaltet morgen wieder bei... Guck mal, wie krass ich bin. Nee, warte, warte. Morgen gibt's kein Part, oder? Genau. Am Dienstag erst wieder. Genau, bei der Kathi, weil Montag ist, äh... Rein freier Tag. Montag ist halt Montag, ja. Rein Tag. Rein Tag? Nee. Rein Tag. Ja, beenden wir den Part, bevor hier irgendwie noch, ähm, keine Ahnung. Ja. Bei mir hat's gerade ausgesehen, als ob du Saltus machst. Okay. Ich hab Saltus. Ähm, 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 ja. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh.